Ein Buch von meinem Freund Martin Sellner hier, Remigration, ein Vorschlag, kaufen Sie jetzt das jetzt und hier können Sie alles nachlesen, worum es geht und da steht drin, Remigration ist der Schlüsselbegriff für das 21.500, sie wird entweder zur zentralen Agenda der deutschen Politik oder es wird in Zukunft keine deutsche Politik mehr geben, das und dann hätte ich da noch, wir gehen, schauen Sie von rechts, eine strategische Skizze, hier und wenn Sie diese Bücher kaufen, dann unterstützen Sie meinen Freund Martin Sellner, der ist sehr empfehlenswert, die Bücher sind auch sehr gut und sehr informativ und ich kann nur empfehlen, die sich selbst noch zu kaufen und zu lesen, ja, Martin Sellner, wir sehen, Schande von rechts, eine strategische Skizze und das Buch auch noch mal zu empfehlen, das war Amazon, Remigration, ein Vorschlag von Martin Sellner, sehr empfehlen, damit helfen Sie meinen Freund auch, ja, und, sehr interessant, und ich wünsche Ihnen noch viel Spaß beim Lesen und danke Ihnen für Zuschauen, sehen und abonnieren Sie meinen Kanal, danke und tschüss.